Okay, also eine Kristallschlucht hinter dem Lager. Okay, wir holen das Ding. Ich werde das Ding unbemerkt da rausholen. Okay, dieser Gno dir vertrauen, Homie. Du nicht töten, Kobolde oder Schamanengeist. Gehen leise rein, klauen Dingi und kommen leise wieder raus. Verstanden. Gut, Trophäe des Ostens. So machen wir das. Richtung Osten, sagte er. Da hinten sehe ich schon ein Kristall. Vielleicht machen wir vorher mal den Strand, mal im Klar hier mit den Strandläufern. Beziehungsweise den Sandteufeln. So. Gut. So, da hinten sind die Kristalle. Dann sagt er irgendwie da durch, ne? Und dann hinter der Schlucht dann irgendwie dann da... Ach, jetzt noch ein magischer Kristall. Dann nehmen wir die nochmal mit. Durch die Schlucht hier durch. So, jetzt müssen wir mal aufpassen. Oh, jetzt sind wir auch schon ganz schön nah dran, ne? Die sind dort. Ich bleib mal eben hier. Ah, okay. Und dann meinte er ja im Prinzip dann da drüber springen, ne? Das ist quasi hier. Das Item scheint auch dort auf dem Tisch zu liegen. Und dann müssen wir mal eben sehen, dass wir hier auch mal der Eisenader... Also, da haben wir achtmal Erz und ich speichere mal eben ab. Dass wir uns hier mal eben da rüber begeben. So, dann schleichen wir uns mal eben ran. Quest Erfolg Trophäe des Ostens und Abmarsch. Keine Experimente hier. Wir holen nur das Notwendigste. Und Tschüss. So. Da haben wir noch ein Kristall. Alles klar. Hier ist übrigens noch eine Kristallader. So, achtmal Kristall. So, was hältst du denn davon? Ich hab das Ding gefunden. Oh, fahr mir glücklich. Gut, dass ich nichts selber machen musste. Ich würde jetzt bestimmt auf dem Boden liegen und dem großen Vogel Hallo sagen. Am besten, du bringen Dingi zurück zu Kahn in Gnodorf. Nix mehr zu tun hier. Alles klar. So, wo sind wir denn überhaupt eigentlich? Wir haben... Hier kamen wir ja durch. Diese Höhle haben wir noch gar nicht mitgenommen. Das könnte man noch mal eben machen. Und auch hier dieses hier. Das ist ja dann praktisch... Hier dieses... Plateau hier da oben. Können wir noch mal gucken. Und... Ich weiß nicht, ob ich hier... Könnten wir noch mal schauen. Aber vielleicht hier hoch. Na... Nee, da kann er nicht. Die Höhle, die würde mich ja schon mal interessieren. Na, komm her. Wieso können wir dann jetzt da nicht mehr hochspringen? Also, weil wir hier lang müssen. Na, genau. Genau. So. Da ist noch eine Höhle. Und hier haben wir noch eine Feuerblume. Und noch eine Kiste. Sehr schön. 90 von 50. Die haben wir. So. Eine Rapier. Fusel. Schnapses. Alchemisten. Und fünfmal Blutwurzel. Okay, was haben wir denn hier noch? Ein Teleporter. Na, okay. Okay. Ich meine, das ist ja auch die Höhle, glaube ich, wo wir ganz am Anfang ja auch waren, als wir da irgendwie mit dem Slain das letzte Mal irgendwie hier gelandet sind. Oder hat sich das ein bisschen verändert? Ich weiß es gar nicht mehr genau. Genau. Naja. Weil das hier so eine verschüttete Geschichte ist, ne? So. Dann haben wir hier die Truhe. Die haben wir. Verschütteln nochmal wieder. Und dann haben wir noch eine Sache noch offen. Ich würde mal eben hier mal eben auf diese Insel mal schauen. Da steht noch ein Gnom. Na. Gabu. Ein Homie? Was macht ein Homie auf Insel der Gno? Ich bin nur auf der Durchreise. Ah. Du bist reisender Homie. Gabu, intelligenter Gno. Versucht, Hono der Gno in Welt zu vergrößern. Gabu auch dem Taki, dem Klauen, abgeschworen. Er jetzt arbeiten für Kulki und Gold. Ja, okay. Du arbeitest? Jib, jib, jib. Gabu arbeitet. Gabu ist Jäger. Was jagst du denn? Ich jage ein furchtbares Gotzo. Ein Monster, so furchtbar sein, dass Gabu Angst hat, es zu nennen. Spuck's aus. Wir nennen es den Gnomfresser. Eine furchtbare Bestie. Sie frisst Gno und klaut unsere schönen Dingi. Die Bestie so schrecklich, dass kein Gno sich in ihre Nähe traut. Sie so grauenvoll, dass... Ich hab's kapiert. Schreckliche Bestie und so. Der Gno-Fresser also. Das kommt uns ja bekannt vor. Ich helfe dir, die Bestie zu töten. Homi würde das tun? Homi ist ein guter Kumpo. Dieser Gno weiß genau, wo das Gotzo sich versteckt. Du sagst mir Bescheid, wenn ich dich bringen soll? Mach ich. Na gut, dann schauen wir uns das mal an. Lass uns gehen. Bevor wir gehen, sollte ich Homi warnen. Dieses Gotzo ist Stoff aus dem Legenden gebraut werden. Nimm es nicht auf die leichte Schulter. Folge mir. Ich bringe dich zu ihm.